herzlich willkommen zur neuen folge folge numero drei wir sind hier im schränkchen wie versprochen geht es hier direkt weiter und ja wir wurden vorhin noch verfolgt und ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht in welche richtung wir müssen ich werde jetzt hier einfach mal ganz sagte ich versuche mich hier vor zu bewegen wir haben doch hier diesen chip oder funktioniert auch hier in aktiv weil sich wohl dass wir dass wir bei den aufnahmen immer die gleichen samotten annahmen wir nehmen ein stück auf nur dass wir ja nebenbei ist mir gerade durch kopf geschossen oder wie zieht immer das gleiche an richtige gamer waschen sich natürlich ja ich glaube ich müsste mit dem reden können ich glaube ich habe ich habe er hat den Schlüssel um dann müssen wir sind im Herzen er hat den Sohn verfolgt immer 10 er hätte denn so okay lieber nicht lieber links in die kleine Tür rein auch mal das Auge komm schon vielleicht schlägt er einmal wenn man sie mir geht so da hahahaha ich habe ich habe ihn nachgeladen ich glaube mehr gibt es hier in dem raum nicht zu holen dann erscheint ist ja auch nicht böse als er hätte zumindest nicht nach bestimmt ja jetzt war ich nicht aufregen keine ahnung also macht uns nichts aber freunde sein wenn wir das wird auch niemals passieren da sind auch schenke die habe ich vorhin vergessen verpasst die schenke in der panik ich habe es aber tatsächlich da hinten lang da war auch der kerl wir müssen sie an dem vorbeischleichen denkst du wo ich denn da rausgekommen aus der letzten der kam wenn du weiter gehst immer weiter schon ein kleines stückchen ich bin ziemlich weit gerannt also hier rechts geht jetzt ich bin durch die tür gegangen da vorne die ist offen okay dann war glaube ich schon da oder er kam mir raus oder so aber da ist auch weg ja guck mal da also knöpchen nehmt dich schon mal wieder die aufnahmen na sitzt Luftballen die doch gut aus oder ich würde sagen drück mal dieses knöpchen ah jetzt jetzt ist es offen das was deaktiviert war äh ja deaktiviert oder inaktiver die schleuse wir haben hier einen schrank hinter dir irgendwas schaden da 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 rechts oh mein gott oh mein gott so wir sind im schrank wir wenden also hier immer die volle gertreffen wir müssen weg mal okay ich stell meine antenne hoch dann höre ich besser nicht ach gut ach gut oh oh jetzt hab ich hier nicht aufmachen das sieht nicht gut aus da kommt ihm zum spielerein hallo doch doch so wie wir machen wir machen der wird er nicht der wird er nicht etwa zu uns kommen dieser alte schande oh oh das ist eh immer besser wenn man direkt am fein ist und hinter ihm her geht und siehst wo er lang schlappt wo ist das alles wackelt war aber nicht von hinten die sicherheitsglas oder oh ne ne das wäre zu follow the blood okay gut ich versuche mich jetzt einfach an dem vorbeizuschleichen das muss irgendwie klappen naja so wie es keinem gedonnert hat war hat es da war ich so hat es da geführt oh ist da recht sind auch nur hinterdauern ah ne ne wenn es sich immer guckt hier war voll hinzu oder da konnte ich nicht rein jawohl jawohl ich glaube das ist unter mir ja hier schnell in den Schrank da war links oder rechts in den Schrank da haben wir den Schrank ah ist das eklig hallo ist da jemand ok ah der andere ist weg vielleicht wird der getötet von dem einen die Leiche verschleppt und aufgegessen ja oh Gott hier rechts sind dann auch nochmal Schränke da genau und genommen ja da ist jetzt irgendwo die aktivierte Tür ah ok fach ok der ist jetzt weggegangen du musst jetzt praktisch links lang die Tür war voll noch zu die Schleuse die Schleuse oh das Geräusch abgedampft ok ich hab mich was ah speichert ich hab mich was äh was wir was wir jetzt haben das Spiel gerade minimiert hat ich mach mal kurz die Synchronisationszwecken genau ok ich hab kurz ein FPS Trepp oh die Pimmelwarzen wieder da seid ihr wieder die was erzählt die die aus dem dieser Montag guck mal oh 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 ich glaube wir wissen was die Thumbnail ist für diese Folge ich wüsste was euch erwartet da da hab die die identischen genommen oder ich glaub der sieht ein bisschen klein aus ha ha ach scheiße da rechts die Tür ist die ich will hier durch wooo oh fuck das wollte ich gar nicht oh ich will hier durch tot na gut dann müssen wir uns dann wohl entlang schwingen gleich aber es geht doch gar nicht anders oder naja da ist nur ne Tür da war ne Tür und davon ist auch nur ne Tür nur äh Batterie technisch ok und vor den Pimmelnasen oder Pimmelmännern da links genau na ok gut dann werden wir mal hier runter gehen unsere Batterieanzahl ist uns nicht voll die Kletterstunde ist so schön die das Kompetenz der Schmere Eier an die Wand die die sie da quasi auf der in ihrer Seite ist jetzt keine Gittertür mehr dazu ja ich glaub die ziehen und ziehen uns jetzt gleich hoch da ist also da ist noch oh Pimmelmänner Pimmelmänner aber die sieht sich kaputt aus hier oh die scheiße komm man kann sich durch das Glas durchgehen da ist eine äh da ist schon ein kaputtes Glas das ist schon nicht da ist aber auch 100 Pro Immuner Batterie Batteries? Hello? Weißt du das? Ja, da hat eine Batterie, der die auf dich. Ich schaue mal kurz. Jawohl. Aber ich glaube, die können nicht durch so schmale Fenster durchspringen, ich glaube, dafür sind die noch zu blöd. Vor allem die fetten da, diese Holzköppe. Das hört sich so nah an, aber... Ja. Mit etwas genau hinter dir. Aber schon unten. Ah, okay. Wenn wir jetzt erst hier lang oder durch die Tür, wo das Blut ist. Ich weiß nicht. Die Folge der Blutspur heißt es, ne? Also ich denke mal, die showers sind offen. Na okay. Ah. Merkley, da muss ich mir doch helfen, ja. Gut, dann machen wir erst mal die Schlüsselkarte. Oh. Ich glaube, für eine Dusche braucht man so einen Chip. Ganz merkwürdig. Vielleicht trinken die, vielleicht trinken die Intersen sonst zu viel Wasser weg oder so. Ja, ich weiß nicht, du hast keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass du das hast. Ich weiß nicht, dass du das hast. Na eh eh eh. Oh. Ach du Scheiße. Oh. Kopf ab. Abgezogen. Das ist der Fette. Der halt so Assis zu dem anderen Netten. Ich habe gerade eine Hulitiz. Das ist ein richtiges Einusleim. Wo ist er jetzt? keine ahnung wahrscheinlich komplett klar hier gleich hoch was liegt hier ist die typkarte schlüssel gerade aber jetzt kommt da passiert aber schon irgendwas ich renne einfach ach du scheiße geht auch nie im leben gut ich höre es oh gott oh gott oh gott ok aber es hat geklappt doch geklappt wo kommen wir jetzt hin die dusche öh es ist doch gefallen so was haben wir schönes sieht aber nicht aus wie eine dusche aber ok vielleicht ist es die wasserversorgung oder sowas sieht schön aus ach du scheiße ich glaub das ist ein böse Weg hätte was nach ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ach du scheiße ach wir müssen bestimmt durchs fenster mein gott oh mein gott oh ja oh ja oh scheiße das habe ich mir jetzt auch nur gedacht weil wir vorhin schon so entlang gekrabbelt sind sonst wäre ich dann immer drauf gekommen toll ach du scheiße schule weiter schule weiter die sind die nackten pippelwanzen es wird Vorsicht ist leicht reizbar nach der Scheiße die Kasse aber ich will so dass sie es ist was wir voll gedrückt haben oder was ist durch den wir haben es Tüßchen ach du Scheiße Ja, ja, dann guck, guck, hier. Scheiße, du bist zugänglich. Nein! Da geht's hoch. Oh, fuck, da ging's halt eben hoch, hinter dir. Dreh dich mal hoch. Du bist jetzt schon da. Noch jetzt hoch, verlaupt nochmal. Genau, hinter dir, in der Mitte, in der Mitte. Da, da vorne, da. Alter, ich schwör, ich spiel mal aus. Nein! Ich zieh dich runter, ich schwör. Okay. Ja, ich hab' Sack gehabt, weil sie alle Eiern runtergezogen. Oh, scheiße. Ach du, kacke. Okay, okay, okay. Na, wie geht's? Ach, scheiße. Okay, komm, wir gehen hoch. Komm, wir gehen hoch, so ganz cool. Komm, wir gehen hoch, so ganz cool. Komm, wir gehen hoch. Komm, wir gehen hoch, so ganz cool. Wir gehen hoch, so ganz cool. Oh, ja, ja, ja. Das tut das... Keine Ahnung, wo wir sind. Der hat recht, ist ja drin. Guck, und du, da drin bist du... Waaaah! Alter, ich schwör, ich dachte, bricht gar nicht durch die Wand durch wieder. Alter. Was war das? Die Tür jetzt genau dann explodiert, als ich da vorbeigelaufen bin. Ach, die Scheiße. Aber wir leben noch, ne? Ja. Wir sind da außerhalb. Wir sind... Wir sind... Wir sind auf... Auf dröckeln. Auf gedärmen. Deine Kamera. HD. Ne. Liegt da einfach nur Fleisch drin. Wir können nicht was essen. Wir müssen nicht verhungern. Ach, die Scheiße. Neues Ziel, find einen anderen Weg in die Duschen. Ich will immer noch in die Duschen. Ist es nicht kein Eber ausgegangen oder hast du dich umgeguckt? Nichts ist ausgegangen, ne? Guck mal, der genießt aber grad ganz tiefen Schlaf, der da auf dem Stuhl, ne? Wahrscheinlich, weil der Geruch auch so angenehm ist. Ah, inhaliert. Ach, die Scheiße. Ach, der ist runtergeschlafen. Dreh dich um, dreh dich um. Verdeck dich um. Ach, du Scheiße. Ah, nein, Alter, was soll ich denn jetzt machen? Der da, unter die Britsche von denen. Da unten drunter. Denkst du, das ist wirklich der Gute? Das tut sich net! Was? Du musst... Mit Linkskling musst du drunter. Guck, warte. Jetzt wird Linkskling spielen. Oh Gott! Nein! Guck mal, wer dich hat! Oh Gott, ich hab... Bist du wenigstens bei der Tür jetzt? Ah! Oh Gott, rein! Okay. Der ist aber bestimmt nicht schnell, oder? Oh fuck, der ist schnell! Ich komm mal! Der Berg, du! Der Berg! Warte mal, wo geht's dir weiter? Ja, 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 ja. Da, 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 dumm! Der kriegt uns nämlich gar immer so fett, wie der ist. Alter, war der schon auf der Treppe grad eben? Ah! Das ist so eklig! Der ist schon lachen bei uns! Oh fuck, okay, okay, warte, warte. Nein, 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 nein! Zu! Der kommt! Der kommt! Der kommt weg! Fuck, der musste sich auch echt schnell irgendwo reinlegen. Okay, okay. Ich hab, der kann gar nicht so schnell jumpen. Ja, ich hab mich gar nicht erschreckt. Ich hab, ich hab, ich hab' mich gar nicht erschreckt. Ich hab' mich wirklich zu locker, wenn man hier rauszählt. Ey, ich hab's gar nicht mehr, ich hab' jetzt. Ich bin das Spiel lieber, lieber Pokemon durch. Auch. Ich meine Sprache, wäsch' ich lag' auch im dunklen. Ich hab' im atmosphericen. Kann ich kenn' dich nix. Oh, hier kommt dann nicht durch und du dich durchdrichtst. Ich dachte, der erste wäre ein kleinerer, als wenn du ihn gesehen hast, die Augen von ihm und so. Da unten kommt sie, da unten. Schau mal. Jawoll. Das war jetzt aber gerade ein Puller, Mann. Oh Gott! Oh mein Gott, Alter! Alter, wie geguckt hat. Ey, das ist zu arg. Ich gehe gerade noch mal durch. Oh, die Kamera ist gerade ausgehoben. Warum geht die Kamera aus? Gucken wir mal. Dann machen wir hier mal. So, daher an der Stelle werden wir mal kurz die Folge, weil die Kameras sind gerade verschwunden. Ja, aber ich glaube, die erste, die dritte Folge, die war auch... Ja, ich denke... Ja. Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Ja, das ist ja...